Ja, was geht, Mann? Wie geht's dir? Mir geht's gut, Kevin. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's auch gut. Basti, wie war denn dein Weihnachtsfest? Erzähl mal. Ähm, mein Weihnachten war sehr besinnlich schön und wir nutzen immer die Zeit, dass wir einmal im Jahr gemeinsam in einer kleinen Gruppe zu viert versuchen, den Endertrachen zu besiegen. Und das innerhalb von in nur kürzester Zeit. Ich bin hier heute mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern und wir werden heute versuchen, den Endertrachen zu besiegen, bevor der Entenbraten verbrannt ist. Werden wir das Ganze schaffen oder wird Weihnachten in die Hose fallen? Digga, imagine, bro, imagine. Nee, also es war, ähm, es war schön. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Schlacht. Ich werde nicht mehr warten, sondern wir werden die wohl epischste Olympiade des Jahres 2023 jetzt vor uns haben, mein Bester. Ja, Mann, da hast du richtig gehört. Wir spielen bis sieben Punkte. Die Games sind eingeblendet. Wer als erster sieben Punkte hat, gewinnt. Und wir spielen um 200 Subs. Alright, ladies and gentlemen, dann Basti macht die Kamera an. Verdammte Scheiße. Wir spielen als erstes Game. Schnick, schnack, schnuck. Okay, Basti, du kennst die Regeln. Du machst die Ansage und dann geht's los. Alright. Knick, knack, boom. Okay, 1-0 für dich. Knick, knack, boom. Aber du hast ein bisschen später gemacht. Du hast ein bisschen geschummelt. Jetzt los. Du hast ein bisschen geschummelt. Ah, gut. Ja, gut. 2-0. Knick, knack, boom. 2-1. LeBron hat Lebenspunkte verloren wieder. Knick, knack, boom. 2-2. Mann, fuck. Ich hab keine Lust mehr. Abbruch. Ich bin raus. Ganz ehrlich. Basti, komm, jetzt reiß nicht mal zusammen. Die Leute wollen das sehen. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Musstest du es nur noch schaffen, Basti. Ein letztes Mal. Ganz normaler Abend. Ganz normaler Abend, Bro. Knick, knack, boom. Knick, knack, boom. Was? Was? Okay. Ja, easy. Nee, nee, nee. 2-2. Ja, gefickt. 3-2 für mich. Alright, weiter geht's. Knick, knack, boom. 4-2. Knick, knack, boom. Scheiße, 4-3. Knick, knack, boom. 5-3 für mich. Let's go. Knick, knack, boom. 6-3 für mich. Knick, knack, boom. Oh mein Gott, ausleicht, ausleicht. Oh mein Gott, das ist mein Gab. Das ist mein Gab. Knick, knack, boom. Oh, fuck, nein. 9-8. 9-8 für Basti. Knick, knack, boom. Knick, knack, boom. Boom, boom. Ja, 9-9. Knick, knack, boom. Nein. Nein. 1. Die Schere. Cool. Alright, wir haben als nächstes Game, haben wir Schilfe versinken. Gut, mein Bestam. Dann, Chat, 4-2. Deaktiviert. Ja. Und ich muss jetzt mit meiner Truppe reden. Ja. Okay, Chat, ihr seid auch zu. Wie machen wir? Wie machen wir? Also, Basti war letztes Mal in den Ecken. Ich glaube, dieses Mal wird er nicht wieder in die Ecken gehen. Aber ich glaube, ich werde es mal tun. Ich glaube, das. Ich glaube, das ist der Play. Ich glaube, hiermit gehe ich. Verdammt, das war dein Schuss in den Ofen. Das war komplett daneben. Aber hier ist ein Schiff. Bro, what the fuck. What the real time, du schummelst. Du hast beim letzten Mal auch schon so Schüsse getroffen. Real time, lass das Stream offen. Oben auf dem Tieren-Bildschirm. Hier auf Ohrsee bin ich einer der besten Spieler. Das war ein Schuss in den Ofen, verdammte Scheiße. Du denkst, dass du besser bist als ich in diesem Spiel? Digger, uns geht es gar nicht gut. Ich wette, hier ist einer von dir. Das war Spaß, weil ich wette, hier ist was. Oh mein Gott. Okay, ich beende meinen Zug. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Scanner usen sollte. Kopierer oder Scanner, nichts wird dir weiterhelfen. Oh. Einse. Ja, das müsste ja dann eigentlich die eckenmäßigen sein. Also entweder da, 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 hier. Also die könnten es nur sein. Die sind ausgeschlossen. Dann werde ich mir hier entschießen. Okay. Das ist kein guter Start für mich, Bruder. Wie war deine Reaktion zu deuten? Oh. Habe ich direkt ein großes Schiff getroffen? Scheiße. Boah, das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Schatz. Das war ein... Das war kein Treffer. Junge, das war so knapp. Aber ich möchte noch mehr. Oh mein Gott, das war so knapp. What the fuck? Oh mein Gott. Das gibt mir eine Menge Informationen. Ja, nice Information, Bro. Also ich finde, du bist so ein Randspieler. Aber du hast beim letzten Mal schon Randspieler. Deswegen denke ich, dass du eins weggehen wirst vom Rand. Ich habe dich gelesen wie ein Buch. Ich habe dich gelesen wie ein Buch. Hör auf zu reden und spiel. Okay, es muss hier sein. Jetzt ist die Frage. Ist es der Vierer, der Dreier umgekehrt oder der jetzt nach rechts oder links? Ich mache mal hier einen. Okay. Okay, es ist jetzt entweder der Vierer oder der Links-Rechtser. Ich denke, du hast hier den Vierer hingepackt. Oh, let's go. Let's fucking go. Ich lasse mich auf diese Provokation nicht ein. Boah, wichtig. Wichtige Nummer. Wichtige Nummer. Ich werde als nächstes einen 2x2-Schuss machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte noch einen Schuss frei, Bro, mit der Zeit ist abgelaufen. Sehr. What the fuck? Das sieht nicht, als man macht irgendwas, wenn man eine Attacke macht. Was ist das für eine Scheiße? Ganz ehrlich, ich kann doch mit einem Zug weniger gewinnen. Aktiviere meinen Echolot. Okay. Das war nicht gut. Oh mein fucking Gott, was? Digga, wenn er wüsste. What the fuck? Okay, okay, okay. Ich werde mal hier hinschießen. Okay, es könnte entweder der Dreier sein. Aber ich halte es irgendwie für unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist eher dieser um die Ecke mäßige. Oh mein Gott, du Wichser. Kritischer Treffer. Damit habe ich gerechnet. Oh, ja. Jo, was? Was? Die zwei Random Dinger treffen zwei Schiffe? Bro, das ist richtig das war. Mein Plan ist aufgegangen, Papa Platte. Und jetzt wird es langsam zu Ende gehen für dich. Das ist richtig AF. Ich wurde mit einem Dreizack und einer Schwanzflosse geboren. Ich habe 18 Jahre auf dem Pazifik gelebt. Nur um jetzt an deiner Macht teilhaben zu können und dich auszunehmen wie eine kleine, kleine Sardine. Okay, chill. Oh mein Gott. Beenden wir das. Das war ein Schuss in den Ofen. Soll ich hier einen Implacen? Ja, ne? Eine Mine für Basti. Ist eigentlich smart. Vielleicht trefft er die. Bro, das Game ist so fucking nice. Das ist wirklich ein sehr gutes Game. Es ist unfassbar gut. Mit diesen Fähigkeiten. Das macht es so viel krasser. Okay. Okay, okay. Was brauche ich? Ich brauche das. No! Scheiße, nigger. Die Mine war wasted. Viel Spadman. Bring deinen Müll raus. Boah. Der hier, oder? Oder der. Der ist auch gut, ne? Der, oder der. Boah, ich gehe mal für den hier. Ja! Da habe ich dich erwischt. Okay, wichtig. Boah, ich könnte mir vorstellen, dass du so ein Kranker bist, der nochmal so eins daneben gepackt hat, oder so. Ja, okay. Falsch gedacht. Okay. Boah. Schwierig, schwierig. Sieht besser aus, gerade für dich. Aber das muss nichts heißen. Alter, er kriegt zwei Schiffe von mir jetzt, ne? Richtig. Oh, das ist ganz, 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 ganz übel, Chad. Und der letzte ist in der Ecke geplaced, Bro. Den wird er auch finden. Real Talk, das ist ein ziemlich obvious Ding jetzt. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Ich zünde meine Ulti! Und das liebe ich. Trotzdem rechnen sie nicht damit! Fogers. Oh mein Gott! Okay. Okay, das ist ein wichtiger. Das ist ein sehr, sehr wichtiger. What the fuck? Ja! Okay, es ist einer um die Ecke. Es ist entweder hier oder hier. Ja! Wait, hey? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Libro hat beide Schiffe da! Libro hat beide Schiffe da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Game over! Game fucking over! It's over! It's over! Das war's! Schluss! Ich möchte mich bei meiner Crew bedanken. Ich möchte mich beim Kapitän bedanken. Es steht 1 zu 0 im Best of 3. Ich bin gespannt, wie die Runde 2 ablaufen wird. Nein, 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 nein. Shut the fuck up, es gibt kein Video 3. Es ist eine einzige Runde. Was? So, wir machen weiter mit Udo. Wollen wir eine einzelne Udo-Runde machen oder Turnier? Eigentlich ein kleines 300er, oder? Ja, ne? Ringo! Ja, Mann! Ringo, altes Haus. Junge, wie viele Runden haben wir gebraucht, Kevin? Alter, ey, im YouTube-Video wird es wahrscheinlich rausgeschnitten sein, aber wir haben gerade 10 Mal resettet, bis er kam. Digga, holy shit. Ich habe wirklich direkt gedacht, es gibt ihn nicht mehr, ne? Aber es ist halt wirklich rare. Wir haben 8 oder 9 Mal resettet. Du setzt erst mal aus. Du wirst uns so ausnehmen, ne? Ja, Mann. Ringo, spiel weiter an Kevin. Was? Was machst du, Alter? Bist du dumm? So, das war eine 0, ich dachte, das stimmt. Komm, Ringo, mal zu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ringo, du bist der Beste! Okay, es sind aber nicht so viele Punkte. 48 ist echt low. 48 ist echt low, aber nehmen wir. Nehmen wir. Alright, wichtige Punkte, wichtige Punkte. Ringo, so spielen wir, ja? So spielen wir, ja? Puh! Das sah ehrlich gesagt nicht aus, als ob das nur 48 war. Das waren gefühlt 5 Karten nur. Und ich schnapp mit einer plus 2 rein. So wird gespielt wieder, ja? So wird gespielt. Okay, Digga, das hier ist mega scheiße. Ich habe jetzt 2 7, denn ich kann diese Karten nicht zu Ende spielen, um sie mal einmal zu tauschen. Deswegen werde ich die 7 so schnell wie möglich loswerden. Wischen die meins aus. Ähm, okay, machen wir mal den Double-Hitter hier. Zu früh, falsch gespielt. Ich schnapp mir mal deine Basti. Gib mal her, den Kollegen. Ja, Tosch jetzt zurück, oder? Basti, du bist gern. Falsch. Basti, grün, 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 bitte grün. Oh mein Gott, das war ein Fehler, Bro. Das war ein Fehler. Du lügst. Ich muss ziehen. Mein Gott, das ist bei dir direkt raus. Uno. Nicht gesagt, Opfer. Du hast zu spät, Uno, gesagt, was sie. Naja. Ich hab... Nein! Oh mein Gott, Ringo, du kleiner Bastard. Hey, lass ihn mal. Hey, geh mal auseinander, geh mal auseinander. Lass ihn mal. Ringo, bleib ruhig, bleib ruhig. Dieser Steck, der Reelter, dieser Wichser. Äh, nee, nee, setz dich mal. Stark, Hawking, ja. Junge, Ringo ist am Absaften. Erperfekt, rot, top. Die einzige Farbe, die ich nicht hab. Hey, mega geil, danke, Bro. Beste Mann. Er hat rot nicht, er hat rot nicht. Papaplatte hat rot nicht. Ja, geil, wieder rot, das hab ich nicht, top. Ah ja, genau, wenn man zieht und man kann legen, darf man die weglegen. Ist auch noch eine Regel, die wir haben. Das Komische ist halt... Jemand hat ganz kurz geschrieben, es tut mir leid, Papaplatte, aber ich hau rein, macht euch einen geilen Abend. Und sein Account heißt, halt dein Maul, Papa-Latte. Dinger, herrlich. Ringo, du bist der Beste, Junge. Und nicht Udo gesagt, was ein Chef. Uh, Ringo wieder am Stil. Meine Karten willst du, Ringo, ja? Meine Karten. Okay. Ey, Kuss, Bruder. Kuss, Bruder. Hey, Ringo, sieh mal was. Wake up. It's the first of the month. Ey, Basti, gibt's die Mannschaft Stuttgarter Kickers? Oder hat es die Freirausgabe? Ja, bis endlich. Ja, gib mir meine Freundin zu überreden, dass sie mit Mr. Regeln spielen. Das war's! Boom! Und es sind noch mal vier Karten, die werden jetzt auch noch mal die Rechnung mit eingezweinbezogen. Überall. Das müssen dicke, abgesackte Punkte sein. Oh, ho, 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 ho. 130 schmeckt. 130, die schmecken. Hey, Basti, du bist dran. Falsche Entscheidung. Okay. Okay, okay. Sind die Rosas am Young Ramen vegetarisch und schmecken die nach Huhn? Wenn ja. Äh, ich glaube, die sind vegetarisch, ja. Sieh mich, ziemlich safe. Nach Huhn oder so schmecken. Die schmecken auf jeden Fall nicht nach Huhn. Basti, du ziehst das mal vier. Das ist alles real. Nein. Boom! Let's go! Ringo, du bist ein verfickter Bons! Let's go! Ruhe! Ey, Ringo, was schmeißt du die Runde? 2, 1, ladies and gentlemen. Er schmeißt das ganze Game. Oh, das ganze. Ich muss grad die Tränen runterschlucken. Und raus da, Junge. Let's fucking go. Alright. Alright, 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 alright. Das nächste, was wir spielen, ist Liefel-Lieb. Alright, 3, 2, jetzt kommt. Sorry, hab nicht gewusst. Ja, easy, 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 easy. Okay, beim letzten Mal hast du mich gefickt hier drin. Und ich glaube, es wird dieses Mal auch passieren. Ordinary Days. Das ist die beste Map mit der besten Musik. Wann ist der Titanik? Das ist die Metries-Eigen. Boom! Ich hab mich an den Newton, aber 2.3., 4. Januar. Wir bauen Lego-Titanic auf, Basti. Es passiert endlich. Alter. Wow. Fuck, das Ding ist. Wann? Wann? Was ist das für ein scharfer Winkel? Als ob das geht? Holy shit. Das geht, wenn du den Skill hast. Ich dachte, ich bin da safe. What the fuck? Oh Gott. Nein, oh mein Gott. Ich war grad nicht so spiel. Oh mein Gott, ich suck wieder krass. Ich werd das wieder werfen, Bro. Ich bin echt schlecht geworden hier drin, irgendwie. Bro, ich hab mich gedreht und geschlagen. Das macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie bist du krass viel besser in dem Game als ich gerade. Also ich hatte immer das Gefühl, dass du slightly besser warst. Aber, oh mein Gott. Okay. Aber aktuell, Bro, bist du krass viel besser. Digga, ich hab geschlagen. 100%. What the fuck? Oh mein Gott. Digga, ich hab geschlagen. Ich hab geschlagen. Ich hab geschlagen. Read euch hab geschlagen. Gefickt. Ich würde nicht so viel Töne spucken mit deinem Leben. Bargaz, stop this. Aber mit deinem Leben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, das ist so schwer zu predikten. Oh mein Gott. Roppel-Ulti. Oh, Digga, du hättest beinahe den Back gefummelt. Wir zocken als nächstes Game higher, lower. Ähm, wir können gleich noch gucken, welches genau. Wir können auch das normale Spiel. Sag du. Ich würde fast schon normales sagen, Bro. Alright, ladies and gentlemen. Ich bin unfassbar kacke hier drin. Dann machen wir's mal. Oh mein Gott. Okay, 2020 und Tai Chi. Ich hab keine Ahnung, was Tai Chi ist. Aber 12.000 ist echt nicht viel. Deswegen sag ich mal Tai Chi. Ah, das ist wahrscheinlich ein Kampfsport oder so? Oh, die Simpsons hat mehr. Taiwan. Boah, ich sag weniger, aber wird knapp sein. Ja, okay, ja gut, war nicht knapp. Ich geh mal hier in die Mitte. Celine Dion ist easy. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich spreche sie nicht richtig aus, da ist kein G drin. Haha. Aber ich weiß nicht, was The Big Lebowski ist. Ist das ein Film? Ich sag mal weniger. Burger King mehr. Easy. Hämorrhiden. Hämorrhiden ist weniger. Dyson. Boah. Okay, das Ding ist Dyson Airwraps. Dyson Staubsauger ist schon viel. Aber mehr als 1,2 Mio. Boah, ich sag lower. Ja, let's go. Boah, Malaria. Ja, na, ich meine, das ist schon eine große Krankheit so. Aber ich glaube, es ist weniger. Okay, let's go. KFC sag ich mehr. Alter, okay, das hätte ich nicht gedacht. Weniger, keine Ahnung, was das ist. Alright, da ist der erste Try. Geil. Mortage Calculator. Ich sag weniger, aber wird auch viel sein. Boah, fuck. Ja, das ist over, Bro. Den Punkt lose ich. Den Punkt lose ich. Holy shit. Okay, Carwash höher als Batman. Ja, Porn ist das meistgesuchte. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Apple Watch mehr. Mhm. Singapur weniger. Sunglasses. Boah, das ist schwer. Ich sag mal mehr. Bin fertig. Same. Was hast du? Ist deine Zahl zweistellig? Ja. Okay. Deine? Auch. Was ist deine vordere Zahl? Also die Ziffer, also die eine Stelle. Auch eine Eins. Und die zweite? Ist die höher als zwei? Nein. Meine schon. Ich hatte 16. Oh mein Gott, ich hatte 10. GG ist ein Punkt für dich. Fuck. Äh, ey. Wir zocken als nächstes Geo-Bingo. Okay. Boah, shit. Das könnte jetzt heute, das könnte heute ein, also das könnte ein 10 aus 10 neues Game werden für die Oli, Bro. Das haben wir noch nie gespielt. Das ist neu. 15 Minuten, zwei Spieler, äh, 10 Wörter. Wer am Ende nach 15 Minuten mehr Wörter in Real Life gefunden hat, also in, in Street View gewinnt. Okay, und wir gehen nicht nach Deutschland. Boah, wollen wir einfach überall machen? Nein, lass mal ohne Deutschland. Ich finde das interessant. Okay. Ja, und ohne Deutschland. Man darf nicht nach Deutschland gehen. Okay. Oh mein Gott. Mit was fange ich an? Ich fange an mit, äh, Porsche. Ich glaube, ich gehe nach, in die Schweiz, da sind die Leute sehr reich. Zürich. Und, ähm, und versuche nah an Stuttgart quasi, in Zürich, ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Digga, wo zum Fick bin ich gelandet? Äh, versuche ich... Bruder, hä? Hä? Ich bin im Heli, Digga. What the fuck? Äh, ich muss erst, ich warte, ich muss auf irgendeine Straße landen. So. Versuche ich einen Porsche zu finden. Okay. Was haben wir hier? Aha, aha, aha. Ähm. Digga, die sind alle reich. Oh, hier ist noch ein Parkplatz. Wie heißt das Game oder besser gesagt die Website? Geobingo. Pogas, Subgifts. Oh, das hier ist gut. Oh, das hier ist sehr, sehr gut. Danke für die Subgifts, Bro. Ich check gleich. Scheiße, ich bin leider auch echt nicht gut darin, Autos zu erkennen, Alter. Fuck, ich muss irgendwo teurer denken. Hier ist ein Benzer. Ich muss irgendwo hin, wo teure Autos stehen, Alter. Ein Tesla, ein Audi. Fuck, ich dachte, Porsche ist übel gleich in Zürich. Oh mein Gott. Soll ich irgendwo hingehen, wo es reicher ist? Fuck, ich kenne mich leider nach. Ich gucke mal, ob ich in Zürich irgendwas finde. So Hotelmäßiges. Hotelbar. Vielleicht ein Parkplatz, Bro. Oh, fuck. Ich habe das Gefühl, Basti ist schon weit. Hier ist ein Car-Dealer. Ach, Digga, der hat nur Seat. Was ist das denn? Ach, du Scheiße, Alter. Okay, hier... Nee, ist kein Parkplatz. Ich muss in die Innenstadt, Bro. Hier so am Wasser, oder? Am Wasser werden die Bonzen sein. Da hinten! Das ist ein Porsche, oder? Müsste, müsste. Okay, Porsche. Boom. Okay. Das heißt, wir machen weiter. Wir versuchen jetzt, ein Polizeiauto zu finden. Nee, machen wir nicht. Wir machen... Als nächstes versuche ich, Sperrmüll an der Straße zu finden. Und ich glaube, ich mache das in Amsterdam. Das hört sich an wie ein Amsterdam-Case. Und zwar, wir machen mal so hier. Nee, das ist noch nicht so... Das ist noch nicht so Hood-mäßig. Wir müssen mehr so in den Szene-Bezirk irgendwo so hier, oder so. Oh ja, das ist gut. Okay, wir können gleichzeitig auch suchen nach einem Fahrradfahrer mit Kind. Ah, ich weiß nicht, ob das zählt. Das sieht mir aus wie eine Bank, die da einfach so steht. Digga, hier muss man ja richtig genau gucken jetzt. What the fuck? Okay, wir können auch Alternativen nach jemandem suchen, der eine grüne Hose hat. Das können wir auf jeden Fall auch mit... ...Ausste... ...Halten. Ah, ich weiß nicht, ob das zählt. Ich glaube nicht. Bro, es wird auf jeden Fall gleich Streit geben, Chad. Ihr habt keine Ahnung. Es wird so Streit geben. What the fuck. Könntest du meinem Kumpel alles Gute wünschen? Er ist Burak. Burak. Alles Gute zum WhatsApp, Bro. Wir sind gerade mit in der Runde, deswegen bin ich ein bisschen busy. Aber... ...viel lieber. Danke, Bro. Boah, Polizeiauto wäre halt auch big, ne? Oh mein Gott, Fahrradfahrer ist hier krass, ne? Hier fahren übelst viele Leute mit Fahrrad. Fahrradfahrer mit Kind. Bruder, hier ist keiner mit Kind. Aber hier sind halt übelst viele Fahrradfahrer. Ich sollte vielleicht diese Straße lang gehen. Warte mal, das war eine grüne Hose. Eine grüne Hose, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie random. Holy shit. Oh mein Gott, Digga. Das ist krass. Okay. Wir bleiben weiter hier. Wir bleiben weiter hier. Geil wäre, irgendwie nach da hinten zu kommen. Komme ich irgendwie... Oh, fuck. Oh, das ist nicht gut. Egal. Egal, reset, reset, reset. Ich glaube, wir gehen mal in die Innenstadt, also in diese Touri-Gegend. Weil da cruisen alle entweder mit Fahrrad rum oder laufen bekifft rum. Ich glaube, da sollten wir mehr Fahrräder sehen. Ja, perfekt, Digga. Perfekt, einfach gar keiner hier. What the fuck. Black Angel, danke für die fünf Subgifts, Bro. Vielen, vielen Dank, man. Kuss, 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 kuss. Boah, man muss sich alles genau angucken. Oh mein Gott, Fahrrad mit Kind. Fahrrad mit Kind. Fahrrad mit Kind. Zwar vorne drauf, aber es ist ein Fahrrad mit Kind. Ist ein Fahrrad mit Kind, ladies and gentlemen. Das zählt. Okay, Telefonzelle könnten wir hier auch noch finden, oder? Aber da gehe ich eher nach London, Bro. Das ist ein easy one. Ähm, ja, da gehe ich mir irgendwo einfach so mit rein, oder? Da ist sie. Oh mein Gott. Fucking easy. Äh, so, dann Müllauto. Boah. Polizeiauto. Da steht Police, das zählt. Oh mein Gott, let's go. Holy shit. Wo finde ich am besten einen Blitzer, einen Müllauto? Ich habe noch einen Schneemann auch offen. Ich glaube, Schneemann ist das Schwerste. Ich könnte noch mal Rollstuhl versuchen. Gibt es sowas wie ein Rollstuhlland oder so? Ein Rollstuhl... Ein Rollstuhlverkauf oder so? Ich gehe mal nach Paris. Äh, wo ist Paris nochmal? Hier. Äh, und versuche mal irgendwie so... Ähm, Tour de Eiffel. Wo ist denn der? Oh, hier, oder? War der nicht so? Hier. Weil da werden viele Leute sein. Vielleicht haben wir Glück. Und da sind auch ein paar Rollstuhl-Arzen. Ja, das Problem ist, diese Rollstuhlfahrer nehmen immer diese Fastpässe. Ich meine, das hat ihnen ja auch gegönnt. Aber deswegen, die sind wahrscheinlich schon drin, you know? Also ich will jetzt nicht den machen, aber die sind halt schon wahrscheinlich reingegangen. Deswegen kann man die... Da sind die schwer zu catchen, you know? Ähm, wo ist denn der schiefe Turm von Pisa, Alter? Oder irgendwas anderes, was in Rom Leute juckt. Was ist das hier? Das Krankenhaus in Los Angeles ist neben dem Schneemann und dem Müllauto da beim Blitze direkt. Ah, Fresse. Komm, Müllauto. Heute Mittag hat mich einer im Rollstuhl auf der Autobahn abgezogen. Mann, Leute, shut the fuck up. Da war ein Baustellenorto, scheiße. Wer kennt ihr nicht den schiefen Turm von Pisa mitten in Rom? Ist gestern umgefallen? Glaube, die Spitze des Turms findest du in Bologna. Mann, Digga, shut the fuck up. Sag bitte Bescheid, wenn du den schiefen Turm von Pisa in Rom gefunden hast. Oh Gott, für den Wichser. War das ein Müllauto? I don't know. Mann, das hier ist nicht so kreuzbergig genug für, äh... Oh, äh... Es ist vorbei, es ist vorbei! Es ist vorbei. 20 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Ja, Alter, hast du einen alten Porsche gefunden? Ja, Mann. Krank! Sehen wir erstmal meine. Ja, ja, anscheinend. Wir kriegen jetzt anscheinend Voten. Wollen wir kurz was sagen, wo ich war? Ja, wo warst du? Ich war in Monaco für einen Porsche. Oh, smart, smart. Ich war in Zürich für einen Porsche. Okay. Ja, check, check. Ja, ein schickes Exemplar. Geh auf Next. Sind wir es dann beide? Ich glaube, wir müssen auf Vote to keep the image machen. Ah, okay. Und dann, dann wollten wir quasi, dass es legit ist. Ist ja legit auf jeden Fall. Wo ist das? Wo ist das? Oben, da ist so ein Herz mit W. Du kannst auch einfach W drücken, glaube ich. Komisch. Heute ist hier der Spermüll in New York wie vom Erdboden. Ja, tut mir einfach W. Genau, ja. Genau. Und dann mit Space kannst du den nächsten Mal. So, das ist mein Porsche, den ich gefunden habe. Ja, der geht durch. Ja, alright. Ich finde es interessant. Ich würde, ähm, warte, ich habe nicht gedrückt. Ich habe auch nicht gedrückt. Der Schiefe, dumm von Bison. Ja, was sollst du sagen? Ich gehe nochmal zurück. Ich habe ihn jetzt geliked. Ah, nee, ich habe schon. Sorry. Vote to keep the image. Hä? Achso, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, und dann Space zum nächsten. Oh, zählt das jetzt grüne Hose? Das ist dunkelgrün. Boah. Ja, ja. Lass uns mal durchgehen. Also, es ist schon, was soll ich halt machen? Es ist halt grün. Ja, nee, es ist schon grün. Ist so, so Navy grün oder so. Ja, kaki, ja, genau. Ja, zählt, zählt, zählt. Alright. So, habe ich geliked, also, habe ich durchgehen lassen. Dann habe ich, was ist das hier? Grüne Hose. Das ist meine grüne Hose. Ich weiß, ah, weiter rechts, du musst ein Stück nach rechts zoomen. Da ist eine Frau mit einer grünen Hose. Ja, 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 ist grün. Ja, bist du? Amsterdam, okay. Ja, genau, ich war in Amsterdam, ja. So, dann, was haben wir hier? Fahrrad mit Kind, das ist meins. Das ist ja ein Lastenrad. Ja, aber es ist ein Fahrrad mit einem Kind. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir auf einem Kind da sitzen, also, ne? Ich weiß, ich auch, aber ich habe das gesehen, Bro, und das ist zählt. Das ist ein Fahrrad und ein fucking Kind, Bro. Ähm, ja, okay. Würde ich nicht so sein. Also, ich finde, das geht durch. Ja, ja, voll. So, okay, dann hast du, wo ist deins? Naja, dahin ist auch... Boah, das könnte auch ein Erwachsener sein. Ich finde das nicht eindeutig. Was? Das ist doch kein Erwachsener. Mann, Spaß. Digga, wie sauer. Okay, lass ich durchgehen. Oh mein Gott, nein, du hast einen Rollstuhl gefunden. Bro, ich habe so viel... Alter, wie stylisch auch mit dem Hund und so, Bro. Alter, das ist übelst, das ist dicke Bild. Mit dem Hut und so. Scheiße, ich war auch in Paris. Ich habe ihn nicht gefunden. So, das ist jetzt von mir die Telefonzelle. Ja, geht durch. War ich in London, klar. Ja. Dann... Was ist das hier? Ah, deine Telefonzelle, ja. Ja, stylischer. Ja. Dann Polizeiauto von dir, okay, ja, check ich. Polizeiauto in Mailand. Polizia. Dann Mainz, das ist in Frankreich, äh, in Paris. Okay. Ist jetzt nicht so dieses Polizeiauto, aber da steht Police drauf. Ich denke, zählt. Ja, geht schon, klar. Oh mein Gott, hast du ihn gefunden. Du hast ihn gefunden. Müllauto. Boah, ich habe so lange gesucht. Fuck. Ja, zählt ob wir es... Oh, das ist zwei mehr. Oh mein Gott, das ist zwei mehr. Was hier, zwei mehr? Vamos! Oh, GG. 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 Oh mein Gott. Alright, das nächste Game ist Kniffel, aber nicht das Game, sondern IRL. Basti, schmeiß die Kamera an. Yo, ich hole den Teller. Ich hole mein Handy und mein Setup. So, auf einen sehr schönen Kniffelabend, meine Lieben. Haha. Wir beginnen die diesjährige Meisterschaft. Beim letzten Mal habe ich das Kniffeln gewonnen. Kevin, sind Sie bereit? Ja. Oh, okay. Schöner Start von meiner Wenigkeit. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, okay. Keine 1, keine 5, keine 1, keine 5. Ah, shit. Okay, du hast eine kleine Straße, ne? Eine kleine Straße, bitte einstrahlen. Jo, wird eingetragen, Kollege. Da hast du dann 30 Punkte. Congrats. So. Aber, warte, sind Sie bereit? Der Zettel ist zu groß eingeblendet. Oh mein Gott. Junge, oh, ich finde ja, weil es jetzt ein Frame drüber ist. Okay, dann bitte auch ein Stück nach links wieder drehen. Ein bisschen gerade machen, bitte, Kevin. Danke. Powerplatte. So, ich würde die 6. Einmal saveen. Obwohl, warte mal. Doch, ich würde die 6. Saveen, ja. Ich save die 6. Den Rest weg, bitte. Bruder, er macht mit Stift, auf Ernst. Lil Bro denkt, er ist Dealer im Casino, Alter. Ja, nee, würde er überflühen. Nichts geht mehr. Oh ja, 6 saveen. Und dann noch einmal Wurfel, bitte. Ja, okay. 3 6 und trage ich ein. Das sind dann 18 Punkte. So. Digga, das ist so unfassbar skafft, Alter. Holy shit. Oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so viel geiler als romates Knüffel, Alter. Kann man im Stream eigentlich ganz gut erkennen, so, was da steht? Kann man das lesen, einigermaßen? Also ich voll in OBS. Okay, okay, gut. Ich nehme Full House. Ja, das sind dann 25 Punkte. Congrats. Danke dir. Ja, brennt noch mal. Wenn einer wackelt, alle noch mal. Ich behalte wieder die 6. Ich gehe auf 3 gleiche. Oh, zocker. Ja, das ist ein bisschen risky jetzt. Oh mein Gott, und es wurde, Junge, Hard Work pays off. Ich behalte die 5 und die 3 6 und würfel die 4 noch mal. Ach, Arschweg. Okay, das sind dann 18, 23, 25. Okay. Die hast du bei mir eingetragen, Kevin. Ach, scheiße. Oh nein. Ich bin... Also, er... Ja. Konzentration, Kevin. Was ist das denn für eine 8, Kevin? Bitte reißen Sie sich zusammen. Ja, mein Bruder, ich muss... Du checkst, hier ist mein Glas noch. Ich muss so um die Ecke schreiben. Das ist voll schwer. Ich kann sonst über oben schreiben. Das ist gar nicht so einfach, Digger. Papa Pi. Yo, ich würde die 3 6en behalten. Oder, warte mal, warte mal. Was waren die anderen beiden? 2 und 1. Ja, das ist risky, aber ich mach's ja. Ich brauch eine 4. Jetzt mindestens. 4. 6. Ja, nochmal beide. Nochmal 4 und 2, bitte. Oh, das muss mindestens eine 6 sein, sonst wird's eine dicke Chance. Das ist unterangenehmer Content. Suppe zum Entspannen. Boah, ich könnte auch 2 2en eintragen. 4 ist echt in Ordnung, ne? Bisschen ekelhaft, aber ich mach's mal. Alright. Danke für die Worte. Ja, ich find's auch sehr geil. Greenhaze, Linus. Vielen Dank für weitere 5 Sub gibt's jeweils. Dickes, dickes, dickes. Ich setz sie nach unten, ne? Die war nur oben. Kuss, 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 kuss. Wenn sie oben war, haben wir nur runtergesetzt, ne? Was meinst du? Achso, ja, ja, ja. Das ist ja jetzt nicht so geil. Ja, ja, voll Haus hatte ich schon. Voll Haus hatte ich schon. Ich nehme, ähm, komisch gebogen war dein Daumen gerade, Junge. Ja, okay. Ähm, ich nehme 4 gleiche. Ja. 17. Hab' ich? Supi. Josen, dann mach' mal. Wie sollt Basti einen gelben Feinliner Griff bereit? Wobei, nee, vergiss die Frage. Es ist Basti. Möchtest du eine andere Farbe? Das ist... Ey, kannst du blau machen? Okay, besser jetzt. Okay, kann weitergehen. Dick. Kein Gescheiße. Ja, das ist dein Wurf. Achso, äh, 4, 5, 6. Ja, ja, ja. Ich beide 4, 5, 6 und dann eine 6 und eine 2 nochmal würfel und ich gehe auf eine Straße. Wenn du oben jeweils von jedem 3 schaffst, hast du automatisch die 63 Poins für den Bonus P. Äh, ja, nochmal die 4 und die 1, bitte. Aber ich brauch' mindestens eine 3. Oder, oder, warte, 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 oder soll ich die 4 behalten? Ähm, ja. Nee, mach, mach, mach so, wie du es jetzt hast. Ja! Let's go! Alright, Miniserie, also eine Straße, 30 Punkte, wichtig. Ähm, wenn du oben jeweils von jedem 3 schaffst, dann hast du automatisch 30 Punkte. Ja, ich weiß, warum, ich bin, 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 wir sind nicht von gestern. Oh, ich bin, oh, ne, also noch nicht eintragen, aber ich mache, habe ich damit weiter. Ja, stark. Oh, nee, 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 da wäre es rausgefallen. Real talk 10 nicht, real talk 10 nicht, what the fuck. Also, da... Also, ich sag's 10 nicht, aber der Sollt-Shit entscheiden. Soll der Chat entscheiden. Sollt-Shit entscheiden. Schiri vor, er... Mir ist der halt aus dem Becher gefallen. Okay, unabhängig davon, ob ihr auf Bass wieder auf mich gesetzt habt. Würdet ihr sagen, zählt oder nicht? Oh, ist... Doch, klar, ist ja trotzdem random. Ja, okay, dann lassen wir zählen. Ja, okay, zählt. Hahaha! Bruder, was hast du da noch alles liegen? Nichts. Ich wäre gerade hier so pisst gewesen in der Handknüffel gewesen jetzt. Bitte eine 16 bei 4. Ja, trage ich ein. So. Ist das nicht mega Arsch, dass es nur Basti würfelt? Nein, übelst geil. Äh, 1, 2, 3, 4 behalten, bitte. Und die 6 einmal würfeln auf eine große Straße. Ich muss... Ich muss mir unbedingt Handschuhe so kaufen. So weiße Handschuhe. Bitte 5. Oh, ich könnte auch die 4 behalten. Nochmal die 3 neu würfeln. Das Ding ist halt, das ist eine 1,6 Chance, um das jetzt zu hitten. Das ist zu risky, bro. Das kann ich nicht machen. Die 2, 4 behalten und die 3 nochmal würfeln. Das ist eine größere Chance. Oder die 1 behalten. Mhm. Ich behalte die 2, 4 und den Rest befüllen, bitte. Die 2, 4 behalten? Ja, und die den Rest befüllen. Der kennt die Handverwägungen. Wirklich, Lil Bro denkt erst im Casino einfach. Oh, okay, okay. 3, 5. Yo, 15. Boah, das ist lucky. Holy shit. Ich möchte mich entschuldigen für diese 8. Die ist echt hässlich, Mann. Die ist sehr hässlich. Ja, sehr hässlich. Sorry. Jakobus, danke für die netten Worte, Mann. Danke für das, ja. Kuss. Kuss. Hm. Ich behalte die 5. Die 17 ist falsch. Warum? Es war 12 und 5. Ist richtig. Ja. Warum ist die 17 falsch? Die, bei, 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 sorry, bei 4 gleiche, zählt die 5. Auch noch mal dazu. Also es ist quasi 4 mal 3, plus die 5, die auch noch hat. Ich trage es nicht, dieses versifftet zu gejester Mouth, Fred, das die letzten sieben Jahre nicht gewaschen wurde. Auch nur noch einen Moment mehr zu sehen. Ähm, 2, 2, bitte. Ja, trage ich dir ein. Oh, da kracht es langsam ein bisschen. Aber du bist immer noch ein Profit oben. Ich bin jetzt ausgeglichen. Ja. Oh, boah, gehe ich für die Einsen? Eigentlich ist es dumm, für die Einsen zu gehen. Auf der anderen Seite sind es schon 2. Ich muss eigentlich, ne? Ich muss eigentlich für die Einsen. Aber eigentlich ist es dumm. Ich könnte auch die 4 behalten oder die 3 behalten. Vielleicht die 3 behalten. Was mache ich in den Chat? Ich glaube, ich behalte die 3 und den Rest büffeln. 3 behalten? Mhm. Die Eins ist eigentlich so ein Save-Feld, weil es nicht so viele Punkte sind. Oh. Ja, die 4 behalten. Oh mein Gott. Oh nein. Bitte mindestens 300 weitere. Oh Gott. Okay, aber es ist eine sehr, sehr hohe Chance. Das ist 10, 8, 21. Ja, muss ich machen. 21 Chance. Das ist, für die Leute, die es nicht kennen, einfach alle addiert. Ja. So ein Save-Feld halt. Ich muss mir, glaube ich, gleich ein Ladekabel holen, Bro. Wir haben noch 5% auf meinem Handy. Oh Gott. Mann, Junge. Mann, Junge. Mann, Junge. Ich hasse dich wirklich. So eine Scheiße, Digga. Mann, Bro. Gefickt. Ja, komplett. Gold Moment. Oh, es knallt. Aber du hast schon, deine Straße hast du schon, du brauchst eine große. Jetzt keine 1, keine 6. Keine 1, keine 6. Keine 1, keine 6. Komm mal, 2 Drittel Chance, dass du verkackst. Komm mal. Das ist eine große Serie. 40 Punkte für dich. Das ist saftig. Das ist saftig. Man darf die Würfel, welche rausgelegt wurden, doch nicht einfach wieder reinmachen, oder? Doch, darf man. Klar. Oder habt ihr noch nie einen Kniff gespielt, die Loser? Oh, okay, okay. 1,4. Ich könnte entweder die Dreien behalten, oder ich behalte 1,3,4 und gehe auf eine 5. Boah, das ist schwierig. Das ist halt FR Basti. Ähm. Ich baue halt 1,2,3,4 und gehe auf die 5 für eine volle Straße. Boah, wenn die nicht kommt, bin ich gefickt. Das war dein erster Wurf, ne? Ja. Oh, naja, nochmal. Ansonsten trage ich eine 1 ein. Komm, 5. Ah, fuck. Oh, fuck, okay. Ja, eine 1. Boah, das schmerzt. Das, das schmerzt. Aber es geht noch. Es ist noch vollkommen in Ordnung. Okay. 36 bei 6 fehlt. Ja, 6 mal 5, rechnen wir nochmal nach, Kumpel. Für was gehst du gerade? Ja, Verzweiflung. Haha, okay, gut. Das stinkt nach einer Chance wahrscheinlich. Könnt ihr Punkte abholen? Ich weiß nicht, was das heißt. Ey, dass ich dann, man, dass ich die 5 reinhaue, ist so low. Ich möchte einmal auf eine Chance gehen und das ist eine 22. Das ist eingetragen, Chef. Zettel bitte gerade. Oder ich versuche schon, das ist wirklich ein krasser Hustle hier. Bitte. Ähm, oh, Alter, du Scheiße. Alter, gehe ich auf die 3 Einsen. Oh, fuck, warte mal, mein Kabel ist ein bisschen wild hier so. Ähm, boah, was mache ich denn jetzt, Digga? Ja, ich gehe für das Risiko, Bro. Behalte, die Einser. Wir gambeln. Gamba. Oh, bitte. Oh, bitte. 1 in Wander? Drei Stück, drei Stück. Sorry. Nee, schlimm, ich schlitzte. Dealer EU. Bruder, stell dir vor, du gehst Casino und der Typ, der Typ hat so üben, woge mit seinem komischen Puffdinger und verkackt an die Würfel draus. Das war meine Freundin mir zu, war ja noch mal die 3, die 4, bitte. Ich hoffe, ihr macht die Erdlter noch mal. Ja, ich streich die, ich streich die, ich streich den Kniffel. Muss ich ja, muss ich ja noch. Don't gamble, Kids. Oh, 3-2 brauchst du ja gar nicht. Okay, machst du die 3er? Äh, Kniffel. Achso, ich habe noch nicht. Ja, dann drei gleiche, drei gleiche, dann 13, ja. Scheiße, ich hätte die Fresse halten sollen. Äh, wait, warte, was war da? War nicht 5, 1? 13. Nee, 6, 1, 3, 2. Da war die 2. Sechs. Ah, okay. Sechsten durch, ja. 2, 2, 2, 2, 6, 1. Äh, was war 13, ne? Ja. Das Ding ist, ich kann oben die 2, 4. Faszinierend. Ich kann oben die 2, 4 nicht eintragen. Das geht nicht. Dann komme ich nicht mehr auf meinen Bonus. Ich muss, glaube ich, Quartett streichen. Streich die Quartett. Oh, das ist bitter. Oh, das ist sehr, 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 sehr bitter. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das Ding ist overchat. Außer was die Scheiß oben richtig rein und ich gewinne oben. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Oh, der eine, alter, der eine wurde da noch mal gedreht. Ich sage ehrlich, wewürfel. Polen hat klassischen Gutschein zu Weihnachten bekommen, der nie eingelöst wird. Wie damals beim Mutti einmal Geschirrspüle einräumen, Lule. Ja, okay, ich kann's verhalten. Dick. Der Wofi drin. Bruder, du bist wie so dieser eine komische Onkel, der jetzt irgendwie als neues Hobby Zauberer hat. Und immer so einen Blumenstrauß irgendwoher zaubert, Digga. Ähm, ich hab zwei, drei. Ja, alles gut. Dann fehlt mir noch eine Drei, dann müsste ich ein Pasch machen. Ich müsste einen Kniffel machen mit, ich bräuchte fünf Vieren, um oben noch zu saven, wenn ich's eintrage. Ja, ich hätte vielleicht die Vierer behalten sollen, aber Bro, ich muss, die Straße ist so wichtig, die bringt 40 Punkte, Leute. Ich muss oben streichen, beziehungsweise oben die zwei Dreier eintragen. Oh, Scheiße. Boah, die Sechse ist echt übertrieben hässlich, holy shit. Ich muss jetzt fünf Vieren bekommen, Alter, und eine Straße, sonst hab ich verkackt. Das Ding ist ruhig. Ja, und ich hab halt immer noch meinen Kniffel und ich muss drei Fünfen an sich nur hinten, um einfach... Bitte, Alter, keine drei Fünfen wär so fucking hart. Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt bitte, 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 bitte. Bitte, 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 keine zwei Fünfen. Also ich hab noch Air Force bekommen, aber dieses Geschenk, beziehungsweise diese Mühe für die Tutschern ist cool und ist mir mehr wert als ein... Kniffel streichen. Ich hab, was triggert, dass ich jetzt jedes in eine andere Richtung gemacht hab. Ich hab, was fuckt euch richtig böse ab, alle. Du brauchst wie viel nochmal? Vier oder fünf? Ich brauch fünf Vieren oder eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh mein Gott, das ist der Bruch. Ist das krass? Das ist der Bruch. Kannst du auf Toxic einfach mal gucken, ob der Kniffel gekommen wär? Ich würde eh danach alle neu würfeln. Oder warte, 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 warte. Ja doch, doch, mach. Ja. Okay, würfeln nochmal. Aber es ist nur für... Ja, okay. Ja, ich würde alle würfeln nochmal. Alle nochmal würfeln. Ja. Das ist der zweite Wurf, ja? Ja, das ist jetzt der zweite Wurf, ja. Das sind alle Zahn außer die vier. Ja, dann muss ich jetzt behalten. Zwei, drei, fünf, sechs. Und dann auf die vier gehen, oder? Oder, ja, oder eins, zwei, drei, fünf. Und die auf die vier gehen, ist egal. Ja, würfel die eins. Würfel die eins. Oh, bitte jetzt eine vier, bitte jetzt eine vier. Eine vier wäre so ein Gamechanger. Bitte eine vier, bitte eine vier. Was? Die macht eine vier, bitte. Soll ich nochmal schütteln? Nein. Oh, fuck! Schüttel noch einmal, geh nochmal mit dem Hut drauf und schüttel einmal. Ich will's sehen auf Toxic. Na gut. Ja, okay, Bruder, er denkt, er ist jetzt hier irgendwie bei To-Mary-Video, Würfeln beibringen, dass man immer die Zahl bekommt, die man will. Unten gibt's 40 Punkte zu holen, oben nur noch 35, nee, nee, unten. Ja, 35 plus halt. Ja, ja, genau. Aber, ja. Ja, das ist, glaube ich, pretty much GG. Okay, Basti darf jetzt keine drei Fünfen bekommen. Dann wäre die Chance zu gewinnen nochmal ein Stück größer, Leute. Und dann muss ich fünf Vieren würfeln, das ist die einzige Chance zu gewinnen. Ja, trag eine fünf ein. Okay. Sehr wichtig. Alright, Basti, jetzt würfel fünf Vieren, bitte. Come on. Ladies and Gentlemen. Ja, top. Ja, die vier behalten. Ja, acht. Ich bin halt 47. 200 Punkte habe ich insgesamt. GG. Oh, fuck. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Alright, GG. Nächstes Game. Fuck. Wir kommen zu Nidhawk. Genau, jetzt gerade dürfen wir gar nicht laufen, weil es noch unentschieden ist. Ich muss jetzt Basti sozusagen umbringen oder er mich, dann dürfen wir laufen. Okay, jetzt darf Basti laufen. Das ist mega scheiße irgendwie. Ich mag den voll. Ich mag den. Oh, fuck. Oh, fuck. Wie viele Runden spielen wir? Eine, oder? Wir haben ja beim letzten Mal auch schon so lange gebraucht. Oh, mein Gott. Okay, wichtig. Nee, best of drei. Nee, eins. Nee, 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 nee. Was denn jetzt? Ja, ja. Eine Runde. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Okay, wichtig. Nein! Freundin ist länger auf einem anderen Kontinent. Fühle mich auf einem anderen Streams. Nein! Nein! Oh, mein Gott. Das Ding ist durch. Oh, mein Gott. 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 Nein! Nein! Warum, Bro? Oh, mein Gott. Warum rennt der nicht? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was? Bro, es fack mich ab. Oh, mein Gott. Fack mich ab. Nein! Warum laufe ich nicht einfach durch? Hopp, 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 hopp. Scheiße. Nein! Oh, mein Gott. 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 Er fällt runter. Opfer. Und ich spore natürlich nicht. Das ist so unfair. Nein! Oh, Bruder. Ich kotze. Ich fick mich, Alter. Hey, hey, hey. Fack! Bro, ich spüre nicht. Bro, er ist nicht gesprungen bei mir. Aber es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Oh, mein Gott. Er schießt mich einfach ab von einem Meter. Oh, mein Gott. Wir sind solche Loser. Holy shit. Holy shit. Oh, mein Gott. Der Prefire. Komm, gib mir den Spawn. Lauf, lauf, lauf. Oh, mein Gott. Wichtig. Oh, mein Gott. Er macht diesen anderen Long Range. Alter. Holy shit. Oh, mein Gott. Okay, wichtig. Nein. Hä? Das war meiner. Nee, du hast mich nicht gekillt, Bro. Oh, fuck, Mann. Diese Türen. Diese gottverdammten Türen, Bruder. Habt ihr euch schon mal so über offene Türen gefreut? Oh, oh. Das ist nicht gut. Nein. Oh, wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Dass ich den Bogen habe, ist so kacke. Oh, mein Gott. Du kleiner, kleiner, kleiner Hund. Oh, mein Gott. Hopp, 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 hopp. ganze zeit geführt oh mein gott oh mein gott bis zum ende dran geblieben alter 53 für mich für dich aber ein punkt für mich hat dann ist das nächste game golf with your friends die jetzt haben wir lange nicht mehr gespielt so ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode von unserem let's play ok du fängst an wieso sollte ich machst du halt ist okay entspannt zwei an dem ich mit ok auch in zwei jahren nehme ich auch mit ich sag dir ehrlich das ist wenn wir das zocken problem will ich dass wir golfe spielen ok noch ein bisschen anders das schmeckt das schmeckt nehmen wir nehmen wir das sind die die ich brauche aber wie einst ein weiser meister sagte immer ruhig bleiben kurs bruder Oh mein Gott, fuck mich das ab. Oh mein Gott, fuck mich das ab. Okay, wir sind wieder ausgeglichen. Oh, die Map hasse ich so sehr, ne? Okay, nehme ich. Nein! Du hast ein Hole in One gemacht? Naja, das ist doch dreimal in a row. Back to back to back. Fuck. Ja! Boah, der ist immer ein bisschen tricky. Der war richtig wichtig. Ich mach den ganz entspannt. Der war richtig wichtig. Der war richtig wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind wichtige. Da drei ist hart. Oh, das ist sehr, sehr wichtig. Das hab ich gebraucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist meine Hassmap. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sehr clean. Sehr clean. Sehr clean executed. Holy shit. Nein. Sehr clean. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean. What the fuck. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, let's go, chat. Let's fucking go. Oh nein. Ich bin kein guter Golfer mehr. Wir ziehen uns gerade einen Mann rein, der um 1 Uhr nachts Golfer spielt. Wir sind so durch. Bro, what the fuck. Das ist sehr smart. Alles noch drin. Ist auch okay. Ist auch okay. Ja, okay. Vier. Ich dachte irgendwie, dass du mehr brauchst. Vier ist echt okay. Ja. Clean. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es reicht. Oh Gott, zum Glück. Oh mein Gott, zum Glück. Züchtiger. Okay. Tiger Woods auf einmal. Ja, du hast wieder einen mehr. Oh, du hast drei gebraucht. Ja. Oh. Oh, das suckt. Hab meine Maus geschrottet, muss jetzt dir Lattensaur zuschauen. Oh mein Gott, ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Ist das krank. Oh, jetzt kommt der Bruch. Jetzt geht's los, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist immer diese. Fuck. Oh mein Gott, wie ich die hasse. Wie ich die hasse. Oh mein Gott. Tja. Oh mein Gott, sieben Schläge ist krank. Oh, ich bin trotzdem noch. Andi, du bist ein vorne jetzt. Alter. Das Ganze. Bodenlos. Bitte roll wenigstens durch. Oh mein Gott. Okay. Okay. Nee, das ist fein, das ist fein. Absolut okay. Boah, ist das intens mit dieser Mucke. Ja, es ist krank. Es ist krank, Alter. Du machst zuerst. Ist das nicht absurd? Nein. Oh mein Gott, das war volle Pulle. Oh mein Gott, das ist der Bruch. Ja, das war's, Leute. Das war's. Das ist over. Okay, übertreib. Na, obwohl. Leute, ich dachte, es ist da hinten. Okay, es ist aber hier. Bitte reich, bitte reich, bitte reich, bitte reich, bitte reich. Oh mein Gott, danke. Okay, ich hab einen mehr. Ja, ist okay, ist okay. Ist immer noch drin. Du bist zwei vorne, Alter. Ist das knapp. Grüße von Affe. Ich weiß nicht warum, aber liebe Grüße zurück, I guess. Oh nein. Oh ja, richtig. Oh, schade, den hätte ich so gefühlt. Oh mein Gott. Okay, aber nehm ich. ist fein, ist fein. Nehmen wir, nehm wir, nehm wir, nehm wir. Ja, ich nehm die sichere Variante. Oh, das ist die sichere. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie lucky. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber trotzdem gut, trotzdem gut. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, ist fein. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, ich hab einen besser als Basti. Oh mein Gott, wichtig, wichtig, wichtig. Okay, du musst noch einen vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das krank. Und dann noch die Map, Alter. Kranke Scheiße. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Nein. In der Joker. Nein, okay. Oh mein Gott, wie lucky. Wie lucky, wie lucky. Alter, Gleichstand, es geht um die letzte Map. Alter, ist das, ist das krank. Letztlich so schrecklich, die letzte ist so schrecklich. Ist das krank, okay. Oh mein Gott, ich hab geworfen. Das war's. GG. Oh mein Gott, ich hab geworfen. Oh mein Gott, ich hab geworfen. Oh mein Gott, ich hab geworfen. Ich hab so böse geworfen. Ist das scheiße. Nee, du hast gewonnen. Nein, 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 nein. Du hast trotzdem, wir haben gleich schon. Ja, ich hab fünf. Nein, wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, es war noch nie eine Runde Golf mit your friends. So ehrenlos. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was eine Runde. Alter, das war die krankste Runde, die wir je gespielt haben, Basti. What the fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, halber Herzinfarkt bei diesem Game. Heilige Scheiße. All right, wir zocken als nächstes den Toaster, Bro. Eine Runde machen, wir können aber auch ein Bio 3 machen. Lass Bio 3 machen. Okay, Bio 3. Oh mein Gott. Okay, ich bin rot, Basti ist blau. Genau, wir können quasi die einzelnen Toast steuern. Ja. Bums. Ja, top. Fängt ja richtig gut an. Oh, jo. Wem sagst du das? Ja, top. Jo. Jo, ach. Ach, Bruder, ist er, Digga, ist das scheiße. Also. Ach, Digga. Oh, Fireball. Wichtig. Schmeckt. Mann, Digga, ich bin so hilflos in dem Game. Ich auch. Bro, ich bin auch richtig überfordert. Real talk. Ich weiß, ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich fühle mich genauso. Oh mein Gott. Ist einfach nur hoffen, dass sowas klappt. Ja, das ist das Game. Real talk. Das hat null mit Skill zu tun. Ich werde immer das verlangen, so bei einem Game, halt das so voll zu checken. Ja, das hier ist jetzt ohne Toast. Nur springen. Jo. Oh, wir kriegen ganz schein auch Strom. Okay. Jo, jo, sorry. Ja, Bruder, ich hab's auch wieder nicht gecheckt. Hahaha, top. Ich war in der Luft, ich konnte nicht. Ja, Digga. Oh, was jetzt? Aber das ist wieder diese Dinger, die so wackeln unten. Was heißt das? Na, die wackeln so. Das war dieses, was so hoch und runter geht. Oh, okay, das ist so Last Man Standing mäßig. Ja, wow. Okay, Zwisch, was machst du? Guck mal, der war eingeklemmt. Okay, gut. Okay, jetzt wieder mit Toast. Oh, wichtig. Oh, ja, moin. Was geht jetzt? Du musst teleportieren, Bruder. Du bist bei mir. Ja, aber was soll das? Warum passiert sowas? Digga. Und warum passiert mir das und nicht dir? Warum bin ich bei dir eingeklemmt? Digga, ich zeig das ganz schön rum. Oh, na, jetzt bin ich drüben. Bruder, ich bin auf deiner Seite. Was ist das für eine Scheiße? Ja, hä, das hat alles keinen Sinn. Ich bin einfach gefangen, das halbe Match bei dir. Warum teleportieren sie denn zuerst den Typen, der hinten liegt? Ja, herrlich. Allein, das steht 3 zu 1. Also. Ja. Oh, wichtig. Oh, mein Gott. Oh, schmeckt. Ach du Scheiße, was ist das? Nein, oh, mein Gott. Oh, der war zu schnell. Oh, na. Ja? Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein. Oh, mein Gott. Double-Hitter? Oh, mein Gott. Alle haben einen. Nein, oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist das, eine Bombe? Okay. Aber wir müssen die zum richtigen Zeitpunkt rüberbringen, damit dieses Tor aufgeht quasi. Oh, da war's ja in der Scheiße. Das ist eine richtig Scheißrunde. Ja, bis jetzt immer nur auf deiner Seite, nicht einmal bei mir. Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, lass mich raten, bei mir würde jetzt aus der Entfernung hochgehen. Das wird immer schneller, oder? Oh, ho, ho. Oh, mein Gott. Wir sind sogar fast reingegangen. Digga, also. Digga, mein Toast ist weg. Was denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Digga, jetzt bin ich weg als Toaster. Ach so, das war ich denn schon, oder was? Na ja. Mal ein bisschen nachdenken. Ach ja, komm, Eis. Okay, Freezer. Ist das krank? Ist das krank? Ja, Bruder, wem psych, Alter. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, Bruder, ein Toast, das andere hast du so gekidnappt einfach. Ja, komm. Ja, ja, wieder so Wind, dass der... Oh, schön, oh, schön, schön, schön. Geht perfekt rein. Ist der sauer. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Bruder, ich bin Torwart bei dir auch noch. Was ist das denn? Let's go. Let's go. Genau, dann geht Wind leist. Let's go, das Game ist so scheiße. Ich bin rot, was ist blau. Ja, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ja, ja. Alright, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wir machen Bio 3. Ich habe gewonnen. Digga, ich hasse dieses Toaster-Game. Digga, ist der die Dinger da am Kochen? Ja, die sind richtig gerüttet bei mir. Oh. Okay. Oh, der kommt gut. Ah, okay. Ja, geil, schön. Schön selber das Tor fertig machen. Ja, Bruder, Torwart. Torwart. Nicht einmal getroffen hier drüben beim Eismann. Ja, heul doch. Was ist jetzt unten? Unten gibt es jetzt auch noch Tor, oder was? Ah, ja, perfekt. Ja, perfekt, Digga. Jo, Kracht. Hier ist super. Oh, der war schön. Der war schön. Der war schön. Oh, und? Lol. Oh, 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 oh. Ach so, oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Bruder, hä? Ja. Let's go. Bruder, ich dachte, dann ist es vorbei. Digga, was ist das für eine kranke Scheiße? Er ist schon beim Jubeln. Er ist schon beim Jubeln, Junge. Digga, was? Unendliche Toasts Oh mein Gott Bruder, ich hau einfach ab Digga, das Game ist so krank, Alter Nein, nein Jawohl Mit Höchstern bin ich so viel schlechter Halt deinen Maul, real talk Oh, der kommt Oh, schade, der kommt nicht Oh, oh, oh mein Gott Der Double Bouncer Oh, guck ihn dir an Zack, zack Ja, gefilts vor Skippen Bester Mann Ja, toll Geiler Sprung hier von mir Oh, über oben Schön Geblockt Geblockt Die Bauer Digga Warte mal Wir haben hier technische Probleme gerade bei mir Ja Oh nein Ja, ja Ja, ja Nein Oh mein Gott Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Digga, Digga Jetzt reicht's langsam Digga, ja Oh mein Gott Bruder Der war bodenlos Der war bodenlos Holy shit Digga, top Digga, immer ein Double Hitter Digga Vor allem bei dir geht er so 20 Mal auf die andere Seite Oh, alter Kurz mal hier Kurz so ein klein Loop hingehitted hier Er wird zum ersten Mal von dir gefährlich Digga Der macht zwei Rückzieher Digga Ja, oh Tschüss Bro Kranke Scheiße Wirklich Ja, komm Digga Ist das einfach ein Game Mit Scheiß Toaster, Mann Oh Oh Mein Gott Okay, okay, okay Oh, schön Ja, komm, spring hoch Ja Achso Jetzt ist es auf einmal beim Kettenfeuer Ja, man darf auch nicht ins Feuer kommen halt Das ist, glaube ich, auch over Ja Schön Ja, lass mich raten Oh, 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 oh Nein, 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 nein Oh Oh mein Gott Oh mein Gott, vorher gehittet Oh mein Gott Oh mein Gott Vorher reingeknallt Ja, ja, lass mich raten Der entscheidet, der entscheidet, der entscheidet Bro, es wird eh jemand durch Lava sterben Nichts anderes wird passieren Bro, ich habe überhaupt kein Movement in diesem Spiel Ich kann mich nicht bewegen Du musst die immer so tippeln Du musst die immer so tippeln, you know Oh Oh mein Gott Nein Das ist Feuer Oh mein Gott All right, 1-1 Letzte Runde entscheidet Das ist das erste Mal Und ich gewinne in diesem Spiel Oh mein Gott, war das knapp Ja, ach, ja, ja, ja Ach du Scheiße Ach man Ich habe keinen Toast Oh, der kommt Ach, Digga, was eine Scheiße Ach, ja Jetzt go Na, wo, warum liegt der denn da flach Alter, zeig doch mal, zeig doch Digga, wieder so eine flache, so eine flache Scheibe hochkommt, Alter Ja, top Ja, auch richtig Aber ich glaube, unten sind die wertvoller Schön Boah, schön Einen dicken Absafter Oh, okay Oh, zick Oh mein Gott Oh mein Gott Hoch damit, Junge Hoch die Schere Ohne Toast gefällt mir am besten Real Talk Ja, ich finde ohne Toast ist auch so hart Ach ja Aber wir werden hier wieder einen Unentschieden hitten Nein Oh mein Gott Na, einfach Digga Let's go Let's go Ich bin, ich bin gerade runtergegangen Let's go Okay, es ist eine Mini-Runde, Mini-Runde Aber auch ohne Toast Ach Digga Oh mein Gott, das war überhart für mich Ich habe einfach gerade mal die Steuerung getestet Auf einmal schießt du, Bro Testet er die Steuerung Kommt er mir Oh, 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 oh Ja, let's go Okay, das ist die Runde mit einem Toast Die ist, hol ich mir Danke Oh, falsch Hab ich eben gewonnen Boah, das war Bassig AG Coldest Moments 2023 gerade Holy shit Überleblicher Idiot, Alter Ja, züch, Digga Ein Doppelhitter direkt Ja, Digga Natürlich kriegst du deinen ersten Treffer mit direkt Feuer Oh Du kannst es beeinflussen, ob das mit Feuer kommt, ne Du musst nur richtig treffen Achso, ja, das sind so Sachen, die er wieder nicht sagt Mann, Digga, das haben wir doch gecheckt in dem Game Let's go Oh, let's go Ja, er macht die jetzt wieder Elektrom Ja, die, das ist die schlechteste mehr von allen Oh, ich verkack die, oh mein Gott, das ist gar nicht gut Nein, oh, das ist gar nicht gut Ja, natürlich bei mir auch wieder offen Oh, ho, 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 ja Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein, Gott Boah, was sind die Überraschung, das Toaster Game gewonnen Oh, mein Gott Oh, mein Gott, geklappt Deine Ass schieks wurden geklappt Wir gehen in Rocket League rein, du kannst Nein, du mir nicht Das ist nicht auf der Liste was Jedes Mal dieses Toaster Game und du nervst damit Wir gehen jetzt in Rocket League rein Du wolltest das Toaster Game spielen Nein, tun wir nicht Ich hab mich darauf eingelassen, weil am Anfang auch Rocket League auf der Liste stand Nein, wir haben, bevor wir gestartet Bruder, wir können zurückgehen, bevor wir gestartet sind Wie ist es, dass wir das nicht spielen? Mann, Bro, es sind Tricky Towers und Vicky Races noch offen Oh, surprise, surprise Bro, das ist wirklich Rocket League, der so geiler konnte Nein, Spiegel, das ist auch noch offen Rocket League, der so geiler konnte Du bist in Rocket League so viel besser als ich Aber, Bro, anders, krass, viel besser Ich hab die letzten neun Monate Rocket League nie gespielt Digga, du spielst in Diamond, willst du mich verarschen? Ich spiele nicht Dropshot, das ist ein komplett anderer Moment Ja, Mann, Bruder, aber du kannst viel besser rumfliegen als ich und so Ich kann gar nicht fliegen, ich bin nur auf dem Boden Digga, du bist so viel krasser in fucking Rocket League als ich Okay, dann lass eine Testrunde in Rocket League machen Ja, dann machst du halt mit Absicht halt extra scheiße Nein, ich spiele ernst Boah, Bro, dieses Toaster-Ding hat mich gerade richtig abgefuckt Ja, merkt man gar nicht, Digga Dieser Toaster, nein, es fuckt mich ab Weil die Map Diese Map killt dich häufiger als, ähm, Dings Als, als du Punkte bekommst, so mäßig, als du reinbekommst Ja, das stimmt Wir müssen, das nächste Mal, wenn wir das machen, machen wir das mit Custom-Dingern Ja, ja, aber am nächsten Mal Vor allem, es ist auch wieder so typisch, dass es bei der Olympiade, wo ich gewinne, geht es um 50 Subs Jetzt hier heute, geht es um 200 Glöckchen Äh, Glöckchen Ey, ich höre einfach nur cry, cry, cry Oh mein Gott Oh mein Gott, ich fumble komplett Ach Digga, ich nehme auch noch mal eine Kiste mit, Alter, ich kann nicht mehr Ey, das gibt's nicht Was? Mhm, aha Die Runde war hart, scheiße, oh mein Gott Ach Digga, was zum Fick war das? Oh mein Gott Der will mir den Vorsprung geben Das ist ja sonst nicht schwer genug Ach Digga, ich scheiß mir in die Hose Digga, jetzt haben wir nicht so viel blabern Aus dem Weg Digga Boah, war das knapp Der Eistra war leider gut Der Eistra war fucking, der war perfekt Ach Digga, ich bleib hängen, ey, das gibt's nicht Oh mein Gott Ja, das war ne richtige Opferrunde Ne Buh Die nächste Runde entscheidet Die nächste Runde entscheidet Oh mein Gott, geschlagen mit den eigenen Waffen Oh mein Gott Oh mein Gott Alter, gefickt Oh mein Gott Oh mein Gott, gefickt Holy shit Dass ich nicht daran denke, dass er auch das Ding noch hat Alter, was, eure Fickung Holy shit Wir spielen nicht an dieses Game Rocky League Nein Shut up Musst du, musst du Nein, nein Doch Nach dem Spruch erst recht Nach dem Spruch erst recht Wir haben gesagt, wenn der erste Dings kommt Okay, fair, fair, fair Okay, lass uns kurz ein letztes Game festlegen Wir spielen an dieses Rocky League Was spielen wir danach? Wenn's ausgeglichen sein sollte Eigentlich Vicky Race Was ist das Real Talk? Ich sag ehrlich, Vicky Race als letztes wär übelst geil Ähm, ja, dann stream wir Vicky Race danach Okay Ja, gut Ich muss 20 GB runterladen Bro, das dauert ne Stunde Warum dauert das so lange? 35 Minuten Ey, was meinst du? Was bringst du Chat zum Lün? Alright, Arschloch Ich hab die Lösung Oh nein Das ist nicht cool Wir gehen jetzt rein in Guest Surprise und finale Vicky Race Wenn's ein Game 1 geben sollte Okay, Deal Also, du bist erraten, wie teuer die Sachen sind Wer nach 30, also es gibt 30 Items Wer insgesamt mehr Punkte hat oder näher dran ist Gewinnt Hier steht immer die Condition Es gebraucht jetzt in dem Fall Good luck, bro Boah, ich kann's gar nicht einschätzen Boah, okay Digga, dass wir beide 19, 20 Jahre Alter, ein Tausi Boah Ich sag diesen 60 Euro Okay, Basti war ein bisschen näher dran Was hat 40 Euro gemacht? Krank, okay Okay, dann haben wir beide verfällt Schutzkappen Wofür braucht man das? Für unten so, dass es so Ah, für Stühle Ah, ja, 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 stimmt 1299 Digga, let's fucking go Let's fucking go Oh mein Gott, let's fucking go Wichtig Alright Alter, wir sind Das ist so knapp Holy shit Alter Digga, wir wissen Er, what the fuck Der Dominator Junge, auf einmal Reifen, Digga Was geht jetzt ab? Keine Ahnung Ist das so? 83 Punkte 83 Punkte Was hat nur 39? Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Das ist so ein Scheißbild Das Bild ist überscheiß Das könnte auch ein Lego Reifen sein Ja 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 Oh mein Gott Okay Ja Ich sag diesen Ich sag diesen Auch glatt Boom, boom Ja komm, mach Wir haben gleich viel Wir haben gleich viel Ja 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 Moin, er feuert Ich dachte wegen so Olympia gekauft haben Checkst du Yo, Digga Wuffi, Bro, Alter Come on, come on Intelligente Geräuschreduzierung Yeah, yeah, yeah DJ 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 Boah, alter, der Makita-Schleifer, Junge Oder was ist das, ne Flex oder so? Ne Flex, ne Schleifer Ich meine, ne Flex ist ein Schleifer, oder? Ja, aber klingt halt ein bisschen sack Ja, okay Klingt als Ich weiß nicht So, irgendwie Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Zwei, drei Punkte Bärts Passi Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Oh 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 Hi Wir sind bei über der Hälfte Ich hätte mehr Warum bin ich Ich wollte erst was mit 100 tippen Alter, da ist ein Hi drauf Ja, Bro, bei aller Liebe Ja, also mehr als das kann's nicht sein Neh, ich geh noch unter so Ja, Bro, bei aller Liebe, ne Wenn ich das Jawoll Oh mein Gott, ich hatte 4,90 Ich kleiner Bastard Digga, das Ding wird für 4,54 Shipping Price Digga, das holst du dir da Ein Spann für 35 Cent Äh Bro, der Shipping Price ist fast so teuer Wie das scheiß Ding selber Aber das ist eine Scheiße Oh, ein paar Kondensatoren, oder? Weiß ich so? War das so? Danke, Jungs Mein Vater würde sich umdrehen, Alter Der würde Der würde Der Hass-Emojis Als in seinen Augen gerade Widerstand, ja Ähm Bruder, keine Ahnung Ja 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 Wuhu Achso, da sind ja noch Da links Die Dinger hab ich gar nicht gesehen, Bruder Das ist hier irgendwie Set, um irgendwie Weiß ich nicht Einen Briefkasten hochzusprengen, Alter Ja, ich hab nur die Widerstände gesehen Wie kannst du denn links übersehen Und nur nach rechts Ja, I don't know Ich hab nur die Widerstände gesehen Hä? Jetzt geht's los, Alter Jetzt sind wir bei der Thematik Na komm Na komm Na hier Na komm Ich mach ihn Ja, Bruder Das sind alte Streichholzdinger. Bornheim. Gab es nicht irgendeinen Song von Gelo Abdi von Bornheim? Ist das irgendwo in der Nähe von Frankfurt oder so? Nee, Frankfurt-Bornheim. Das ist ein Stadtteil in Frankfurt. Ah, oder so, ja. Ich glaube, da kommt Abdi her. Tega, auf einmal Biologieunterricht, Mikroskop. Alter, was geht jetzt? Ja, so, machen wir. Machen wir. Ach so, ja, aus Mickey Mouse Heft, Digger, 15 Euro. Digger, Arschlecken. Alter. Aus Ü-Ei, Digger, drei Ü-Ei gekauft, zusammengebaut. Was ist da verbaut? 15 Euro, Digger, willst du mich verarschen? Ja, als Student, Bro, welcher Student hat denn dieses Pfeil? Für 15 Euro, wer ist er jetzt, Digger? Digger, bist doch Messi. Digger, einfach Kevin dachte damals, dass Messi, er hat einfach Salah. Mohamed Salah hat er einfach mit Messi verwechselt. Wir sehen eine Werbung. Habe ich, habe ich, habe ich. Du hast genau zu ihm gesagt, dass er Messi ist. Du dachtest, das ist Messi, Bro. Mein Bruder, ich wusste nicht, wie der aussieht. Jetzt mach nicht diese. Ich wusste nicht, als ob jeder weiß, wie Messi aussieht, Bro. Jaja, er sieht aus wie Mohamed Salah, Bro. Digger, das sind zwei... Hör auf, das so auszusprechen, Digger. Bro, weil Lionel Messi ganz anders ist. Ganz anders. Ja, ich wusste nicht. Was ist denn das? Ziemlich auf einmal ganze Zimmer, Digger. Was geht jetzt ab? Ikea, eine Übernachtung oder was? Oder auf einmal Airbnb, Alter. Keine Ahnung. Ja, worum geht es? Worum geht es? Ich weiß es nicht, Bro. Ich mach... Worum geht es? Ich mach so. Ja, ach so! Ja, ich muss auch irgendwas geben. Kann auch was da 100 Euro kosten soll. Aber ja, natürlich. Es gibt jetzt auch so der Schrank mit dem Bett und so, dass es mehr ist. Ach, Digger. Äh, Junge. Vakuum, Alter. Was geht jetzt ab? Ist das ein Scheißbild? Das ist übter Scheißbild. Puh, ich sag sowas. Ich geh auf dumm. Ah, sieben Punkte mehr als Basti. Ja, cool. Digger. Vorno, wo... Ich schreib nichts groß. Vorversteiger High-End. 2K, Digger. Ich will 2K, aber schreib im Titel nichts groß. Digger, dreh doch einfach in Windows die Lautstärke lauter, Digger. Digger, wer kauft ein Paket für 2000? Ja, Zürich, ist jetzt auf einmal Strohhalm oder was? Was ist das? Mann, Digger. Bruder, ich hab keine Ahnung, was die... Ja! Wichtige 30 Punkte! Okay, okay, der Dream ist possible. Ich muss jetzt eine Runde richtig reinhauen. Ein Akkupunkturstift. Sorry. Boah, Basti ist 140 Punkte vorne, Alter. Das ist nearly impossible. 100 ist Maximalwert, ne? Psy, wär's eher. Digger, jetzt ist Sammlerstück, Sammlerstück, er will 4000 Euro dafür. Ja, ja, ja. Ja, hat's over. Ein guter Vono, Vorversteiger koste gut und gerne 10k Euro neu. Ja, aber Leute, trotzdem kannst du doch, wenn du den auf Ebay stellst, trotzdem ein bisschen schöner, das Bild machen wir dafür 2k haben willst und mal was schreiben. Alter, wer ist denn er, Junge? Auf einmal Harry Potter oder so, was ist das? Man, Bro, wahrscheinlich hatte Harry Potter das an. Wahrscheinlich hatte das an. Ö, Hermine, wir gehen halt noch ins Steakhouse. Hast du meine Schürze? Ich will mich richtig einsauen heute. Ron, Dickerchen, hast du das gute Messer dabei, ja? Ach, 6,80 Euro, Digga, wer hat das zusammengebaut, Junge? Meine Mutter, was ist das, 6,80 Euro? Digga, Harry Potter, das macht sich seitenfrisch. Professional Hair Cloth. Cloth Salon Barber, Cape Cover, Hairdressing, a Prawn Haircut, K, Y, 4. Mann, Junge, also die Produkte sind so scheiße heute. Scheiße. Ja, Bruder, kein H3,99, ich weiß nicht, ob das jetzt genau richtig ist. Ja, 2,00 Euro ist perfekt. Cool, danke nochmal für den einen Punkt, optimal. Ja, GG, du hast gewonnen, Bro. Ey, Mann, scheiße. We are the champions. Alter, es sind 6,6 Leute, what the fuck. Mann, Bro, und ihr soll jetzt um halb drei Wikipedia jetzt hier noch boom. Oh mein Gott. Ist das krank, ist das krank. Das letzte fucking Game. Und das entscheidet, wer von uns 200 Sub gibt's bekommt. Krank. Wir spielen ein BO3, wir können auch ein BO5 spielen, wenn du möchtest. Und es geht darum, von einem Wikipedia-Beitrag zum anderen zu kommen. Man darf nicht STRG-F benutzen, um halt zu suchen oder sowas. Also hier, dieses Suchemäßige. Das darf man nicht verwenden. Man darf nicht die Dinger an der Seite nehmen. Man darf nicht zurückgehen mit den Pfeiltasten, also im Browser irgendwo. Man darf nur über die blauen Links auf den Post rüberdingsen, you know? Sag mal ein Wort. Sag mal eine Person oder so. Von dem wir anfangen. Joey Kelly, Joey Kelly, Schritte, ne? Wir können bei Joey Kelly anfangen. Okay. Und wir müssen zu... Okay, wollen wir von Joey Kelly zu Petersilie machen? Beste Seite dafür. Von Joey Kelly zu Petersilie, alright. Können wir machen. Okay. Drei, zwei, eins, go. Okay, ähm, ich muss irgendwie zu Essen kommen. Musikalisch ist Extremsport. Ich gehe über Sport. Sport, Sport, Kickbox-Training, ja, Kickbox-Training, dann gehe ich Kampfsportart, dann gehe ich auf, ähm, scheiße, Digga, kann hier irgendwo einfach nur das Wort Sport stehen? Gehe ich auf Boxen, Kampfsportart, Bro, hier muss doch irgendwo Sport sein. Schusswaffen, Wettkampf, oh, das ist nicht gut, Bro, ich bin, glaube ich, stuck. Kung-Fu, oh, Westen, Chinesisch, Duden, Synonym. Oh, 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 China. Ah, fuck! Chinesische Sprachen, Küche. Let's go. Chinesische Küche, würzige, Huan, Zutaten. Tofu, Milchprodukte, Huhn, Weizen, Schlangenbildtiere. Tose, Milchprodukte. Oh, ich kann nicht mehr, ich muss um 630 aufstehen. Mach mal schnell. Na, Tee, äh, Weizen, Lamm. Tee, I guess, aber. Oh, nee, Digga. Teekultur. Oh, ich bin gefickt. Tee. Mit Tee bin ich falsch, Mann. Pflanzen. Kräuter, Kräuter. Kräuter ist hart. Äh. Tee, Pflanzen. Ich gehe auf Pflanzen. Oh, nee, Pflanzen ist scheiße. Oh, Pflanzen ist, glaube ich, kacke. Oh, ich gehe mal auf Grünalge. Oh, mein Gott, scheiße. Oh, mein Gott, Promi-Boxen, Tim Melzer, Digga. Ich war so stuck, Alter. Ich war bei Kräuter irgendwo. Oh, alright, 1-0 für dich, Bro. Also, Bio5, ne, hatten wir gesagt? Bester 5, ja, wer jetzt drei Punkte hat. Okay. Ähm, lass real talk mit Fiete starten, mit Fiete A. Ja, ja, gibt's den? Ja, gibt es? Okay, Fiete A und, äh, wohin? Ey, warte, bist du Gothic Crimson? Ähm, ja, 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 das bin ich. Ja, okay, ja, scheißegal, ja. Äh, wollen wir von Fiete A zu iPhone? Boah, ich glaube, das geht zu schnell. Okay, wir können von Fiete A zu Europa Park. Äh, wir können von Fiete A zu Barbie, finde ich auch geil. Zu Barbie. Können wir machen, ja. Also, da ist er, Freunde. Jan Fiete A, alright, falls ihr nicht kennt, ist ein Fußballspieler, der mal beim HSV gespielt hat und jetzt bei Kiel spielt. Und der hat irgendwann mal Bastian geschrieben, dass er seine Videos feiert. Und jetzt zocken die mancher zusammen, ist crazy shit. Geiler Typ. Ja, und ja, Shoutout. Und wir müssen von Fiete A zu Barbie kommen. Zähl gerne runter, dann geht's los. Alright. Drei, zwei, eins. Okay, äh, ich hab ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll, Bro. Also, ich glaube, ich geh, ähm, von Deutsch. Boah, das ist richtig schwer, Alter. Deutsch. Boah, wie kommt man auf Barbie, Digga. Dollar, Währungseine, Dollar. Äh. Vereinigte Staaten. Äh. Bevölkerung, dritte, dritte, Wirtschaft. Boah, das ist schwer. Ja, ich muss irgendwie in den Konsum oder sowas kommen. Gibt es Konsum? Politik, Geschichte. Innenpolitik, Wirtschaft. Kultur, maybe? Film? Das ist mehr so Spielzeug, ne? Spielzeug ist das, wo ich hin will. Ich muss irgendwie zu Spielzeug kommen. Marketing, Werbung, Verkauf, Lebensstil, Industrialisierung. Oh, oh, oh. Scheiße, Alter. Verbrauch, maybe? Güter? Oh, ich bin gefickt, Alter. Materiell? Wirtschaft, Handelsberichte, Güter. Na, ich geh nochmal Wirtschaft. Oh, jetzt bin ich gefickt, jetzt bin ich gefickt, Alter. Jetzt bin ich gefickt, oh mein Gott. Boah, das ist überschwer. Ich muss irgendwie zu Spielzeug kommen. Spiel bei Tieren. Oh, nein, das ist richtig scheiße. Spielregensiegelpreis. Boah, nee, Digga. Oh, ich bin gefickt. Boom! Scheiße. Alter, wie bist du auf Spielzeug gekommen? FC Bayern, Digga. Wie bist du von Sportpark Ronhof auf Playmobil? Das Stadion hieß früher Playmobil-Stadion. Digga, sag mir nicht, das wusstest du. Na, das wusstest du nicht. Ich wusste nicht. Oder wie er macht, wie er macht. Er wollte das die ganze Zeit nicht spielen, dieser Wichser. Oh mein Gott. Okay. Nächste Runde. Was jetzt? Okay, wir fangen an bei Albert Einstein. Ja. Albert Einstein zu Twitch. Wenn du die Runde gewinnst, dann hast du alles gewonnen. Drei, zwei, eins. Go. Okay, ich gehe auf, ich gehe auf US-amerikanisch, ich gehe auf Vereinigte Staaten von Amerika, ich gehe auf Wirtschaft, ich gehe auf, ich will Amazon, Immobiliengeschäft, Bankenversicherung, Oh nein, 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 Konsum, Inflation, Konsum, sind die nur Länder? Ja. Verbrauchgüter, Dienstleistungen, Entwicklung des Konsum, Konsumkritik, Sozialwissenschaften. Nein, was für Sozialwissenschaften? Oh mein Gott, ich dachte, das steht für Sozialwirtschaft. Ja, ich bin gefickt, Digga. Das ist over. Das ist over. Das ist over. Ich bin so gefickt. Oh mein Gott, das ist over. Alter, es ist viel zu spät, Bruder. Alter, wir haben viel zu spät gerade. Oh mein Gott. Smartphone, für ein Smartphone können wir auch auf Internet kommen, glaube ich. iPhone, Apple. Ich weiß nicht, Internet. Internet. Fuck, ich weiß nicht, ob Internet scheiße war. Ich weiß nicht, ob ich auf YouTube gehen sollte. Ich muss, ich muss, ich muss. Fuck, man. YouTube, es muss YouTube Gaming irgendwo hier sein. Videoclips, Tochtergesellschaft, Videoportal. GG. GG. Du bist gemutet. Digga, wo ist bitte bei Livestreaming? Wo ist da Justin TV, Digga? Oh mein Gott, Livestreaming und Livestream ist was anderes. Oder was, wie hieß das, wo ich war, Chad? Ich hätte nicht Livestreaming, ich hätte irgendwas anderes. Aber warte, dann warst du ja dann auch ultra nah die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich war so nah. Ich war sehr spät erst auf Amazon und so, ne? Ich hab erst ganz merkwürdig. Ja, ich hab Amazon gar nicht, Bruder. Ich war bei Livestream, Digga. Digga, es ist viel zu spät dafür. Es ist 3 Uhr. Boah, ich war so hektisch und unkonzentriert. Alter, ich hab das so gejoggt. Aber das ist geil, das ist geil. Ey, wir müssen Vicky Race häufiger machen. Surprise. Das war ein super Abschluss für 2023, Kevin. Wir haben so viele geile Streams gehabt. Und das war eine absolut erfolgreiche Olympiade, würde ich mal wieder sagen. Sollte euch das Ganze gefallen haben, lasst doch mal ein Like da. Guckt euch mal den traurigen Kevin da an. Lasst mal für ihn ein Like da. Abonniert beide Kanäle, um keine weiteren wunderbaren Olympiaden zu verpassen. Und schreibt gerne in die Kommentare, welches Game euch hier in der Olympiade heute am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns in 2024 wieder im nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tata-tata. Noch nie hat mich ein Chao-Chao-Chao so getriggert, Digga, what the fuck.